Die Stadt Lichtenfels mit ihren acht Stadtteilen liegt im südwestlichsten Zipfel meines Wahlkreises und auch hier gibt es sowas wie vergessene Orte. Ich stehe hier auf dem Klostergut Schaken, einer Klosterruine aus dem Mittelalter, in der über Jahrhunderte Mönche und später Nonnen gelebt haben. Kloster haben einen besonderen Einfluss auf die Entwicklung unserer Region gehabt und es lohnt sich, die einzelnen Orte mal zu besichtigen. Wenn Sie irgendwann mal in der Nähe von Lichtenfels unterwegs sind, versuchen Sie doch mal, diesen Ort zu finden. Es lohnt sich. Untertitelung des ZDF, 2020